alle schönen leute willkommen zurück zu der stelle ist es gleich muss wird diese die erste und wie gesagt alles wird fest aufgenommen und ich habe das große hauptsächlich gemacht dass manche 17 herz statt 16 dass wir darum wollten wohl nur und fliege auch noch falsch ab an die ich muss erst mal muss erst mal nach dem Leben krimi verschenken ich will das auch so zu tun in der Rechtschreibung kritisieren Neuer in der Sorge ich sehe noch ein Herzchen und acht Herzteile ich habe es auch dieses Verzüßungssturm damit sieht das instant geil aus ganz gern ich bin ich zu den Bühnen wie leisten kann ich ja nichts wie im Sobbruch schnell also mit diesem Kumpel der Fass noch die Qualität hoch zu spielst auf meine Runde doch das hat man nicht kann Brüder wie Morschen Arsch die BG der Lassen schnellzeitig aktivieren und ich hab gestern gegen Thaddeus so gefeigt hat Thaddeus da wäre ich dabei gewesen war dein Internet denn gestern weg da ne so ne Scheiße ey so noch sonst was meine Brüder hat das auf es hat daran dass man Computer er gepläst wurde mussten wir müssen das neu einstellen und das lag daran ob die neuen Bordhaus und was für die Aufsport bleibt auch eingestellt war das um die Berge und Schülsperre Jo und dann muss man die Goulettscheibe die wir brauchen aber auch gleich mal das hat er die Mutter der Orschow Jaja ruf den Roboter aufgraf man auch wenn ich den Roboter nicht mag ja nicht gut aus jetzt war ich weiß und das Geilste ist ja ich habe jetzt auch keine Striche mehr drin hast du so Striche? bei Antifilo Studios hat Stoffmensch damit ja genau wo ich dich immer gerne nja nur Striche jetzt kannst du mich nicht mehr erlangen nja ja ich werde das ja sehen wenn du den ersten Part davon hoch lädst ist Part 40 von welchen Part hast du hochgeladen jetzt? 36 ist ganz klar ja ladet alles hoch ich will das sehen und dann zeigst du es meiner Ola lass mich nachher mal irgendwo hören kann ich noch nie ich habe auch am Anfang habe ich den Part in dem Ladescreen gestartet also wo man den Speichepunkt auswählen kann weil ich dann noch Sachen erklärt habe ja ich hab boah ich hab Wüstengas gefunden Wüstengas, Entschuldigung Wüstengas ich bin grad unter meinen Speicherpunkt na ich hab nur noch zwei Herzen und das Wolken NEIN OOOOOO ich hab gesagt renn nicht in der Nähe wüsst du nicht mit dem Eisschild herum nimm das Holzschild da ist Strachen es ist verbrannt ok beim nachgucken, die kann man auch mal nachgucken Hauptsache mein Mikrofon ist jetzt auch bei Antifilo und dann Pauli A-Hein-Definition ich habe jetzt auch ein Serium mit auf dem Computer, da hat man halt nicht ja wo sind wir jetzt mal da mit Livestreams ausprobieren ich gebe den Wechsel über und auch um 3D machen oder sonstiges und 3D kann ich nicht erklären und 3D kann man auch nicht umsonst man nun kann es mit bis 300 Zuschauern kann es da umsonst sein wir haben als interessiert 300 Zuschauer doch also wird sie leisten das ist ja noch besser Qualität noch doch zehnmal im Typ gelandet ich habe diese Form schöne Kreisrundesstück hergebracht muss ich denn jetzt machen falls du sonst noch etwas brauchst, lass es mich bitte wissen ich habe gerade wieder eine PsychQuest ist das etwas, kann es sein? das ist ja auch mit 25 Bildern auf ich auch, ich habe gedacht, dann wäre falsch nein, nur wenn du mit Andi Videos, du die selber mit dem Ausnahmraum aufnimmst, ist das falsch ja, ich habe keine meine geliebte Rundschneibe also nämlich für 30 Bilder bei Fraps auf tut auch 25 meine ich du darfst meine erste Kunde sein als kleines Dankeschön das nimmt auch mit 25 auf ne, bei mir nimmt er mir 30 auf das ist ja eingestellt kann ich habe nur noch mal 30 FPS genommen Kanzler wie einstellt bei Frems habe ich das nur so nein ich meine zwar an die Video Studios in der Mitte auch mit 25 auf also da per Frems zu den Pettbewerb die Lernende mit 25 auf der Verschüsse sagen dass der Einrichtung ist dann auch gerne haben bitte auch mit die Regel zu klären nein du brauchst keine Regenstrecke ich weiß ich will etwas jetzt eigentlich am Laufen die Projekte aus den Verlangen für Walser von Masse ein Schäfer ab und 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 ab guck mal ob wir noch pausieren können zum paar andere leckere Projekte h die Städte die Schlimmste auch vieles abgebrochen und zwar mehr als du du kannst auch wieder zu geben die von der Leute das ist mein letztes Hassherzteil wenn ich das schaffen und bin ich glücklich eine Fantasy eine Fantasy hast ja noch genug auf Lager oder die oder haben auf jeden Fall noch genug auf Lager von der Prüfung zu uns hast du wie viel noch vier Paar so auf Lager Windracker auch noch auf Lager ich werde das für mein Kopf zu der Warnau und gucken und den Server herbekommen was weiß ich auch folgt der Richter aus jetzt war oh Gott da ist der erste Bonus-Ring Steffen du weißt wie das Hassherzteil ich gerade mache oder? doch mit dem ganzen Gesicht aber noch so boah das war knapp ich weiß doch einmal du so jetzt hab ich keinen Bock mehr ich hab so probier das nochmal geschafft was hat noch? da 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 ist der Ring da ist der Ring okay da nein da ist Ruhe ich finde geil dass man mit dem springen kann ja was heißt springen jawoll first try ach halt dein Maul wie geil ist das denn? okay dann dann schack zack nicht mehr oh oh nein nein Geil Geil Spektrum du bist auf einem Feld mit mehr von fünf Robine gelandet dein Multipli-Solter liegt bei 10 und darfst du hast fünf Robine geworden du hast jetzt nicht alle Dinge passiert und bist dann auf den fünf Robinenfeld gelandet und darfst du brauchst du mir einen Sonderpreis da 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 jawoll ich bin schneller als jeder andere hab ich hab' gefühlt wer ist? ich hab' bei der Art der Haferstelle jawoll die Kriste denn nur den Doppelhaken oder kriegst du auch erstmal einen Hintergrund? nein direkt den Doppelhaken ach ja nur so gut und jetzt geht's auf zum nächsten Tempel weil die Seine der Magde teilweise mal Dingsgut sag mal schnell meinen ähm wenn man Dingsgut sag mal schnell meinen ähm Wortwürst oder 1150 Euro zu Wort ich hab' in jedem Part eigentlich auch Dominik dabei in dem Sinne Dominik wie geht das ja wo bist du wie geht das? sag mir das einfach ok du musst das mal machen ja jetzt holen wir uns aber erst mal noch eine Truhe der Quattro aber das geilste ist jetzt ja ich hab' meine Fehlherstelle jawoll ok ich hab' den Spielstand gelöscht dann ist das nur so ich hatte doch was gedacht wäre kaputt die 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 wenn du fertig bist und aufnehmen also komplett dann nur an du wirst auch in den Platz mal machen er hat für die ds aber erst mal wir müssen auch nur ob das jetzt geht noch heute ja ich glaube auch und was er erst mal machen wird fertig bis mit aufnehmen mit den Livestreams die 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 alle und die zwei Lebenskarte mit einem Jahr schätzt auch schon auch also aus dem Ort im Herzen ich habe zu besitzen mit dem ein Tempel ich bin auf 18 Jahr und nachdem nur sie sind ich bin ja nur sie mehr zeigen habe ich alles Prozent Euro oder die Kälte Kasten ich springe aus dem Wasser in den Kreuzchen dort sind wo ist mir startet es wurde Eierleiter im Part 40 bis Lobby Part 6 und für so sieht sie mit dem Mausfeld sehen von einem autischen Bild war ich habe 6 das ist ein Schiff ausgestellt mit meinem Aus bei diesem Bild und das hat sich auch das ist ein bisschen eingestellt mit den Dienstjahner jetzt nicht einmal aber auch aus geht ich hab den ausgeschaltet so der Wettbewerbungsstatt ja 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 Tempel am Vulkan und ja zu lieber vorgestattet ich will für Wüsterer Nähe wenn ich da jetzt genau ich hab ein Schild und noch sonst zwei Flaschen ja dann hol ich mein Holzschild an eck das wurde nur tschüss nein so und dann wissen was ich jetzt machen muss nein lass mich ruhig scherz scherz nein 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 das Wort auf Elgin Elgin Erz mein Bogen zu upgraden Elgin Erz Elgin so die Feuerungen haben wir jetzt zum Glück auch schon da komm ich schon niemals hin oder da wo ich jetzt bin so war muss auch schon sagen ich bin ziemlich schnell die Neuer der Stadler durchgespielt bis zu bedenken wir sind es nahezu gerade sammeln für das Vokanelldienst Sach an Vokanjöpfel in dieser Gegend herrscht eine extreme Hitze mit dem Feuerringen kannst du dich länger hier aufhalten es besteht eine Entscheidlichkeit von 90% dass du mich wieder versuchst zu verarschen und wo sind die 10% ich hab keine Ahnung da lässt mir jetzt auch das ganze Gebiet Elgin nur in der Katranähe fehlt noch ein Stück aber das dazu komm ich später ja ja brauchst mich zu erklären also d d weich schon d d d d d d d d auch zwei flaschen wasser mal So, fahr los, Harry. Klares, freines Wasser. Und jetzt. Jump! Himmelsstrahl. Himmelsstrahl. Jokes, die Glitzerschall. Himmelsstrahl. 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 Bis zum nächsten Mal. Tschüss.